Musik Willkommen Leutchen zu Let's Play Elseworld Mit einer Quick Slot Erweiterung Ah ja, hallo Ja, Jul interessiert sich sehr für Klick Slot Erweiterung Ja, es heißt Klick Slot Es ist kein Quick Slot, es ist ein Klick Slot Dann gucke ich hier mal noch schnell im Inventar Da sind ganz, ganz viele tolle Sachen drin Und das heißt, ich starte einfach mal den Dungeon Denn wir müssen uns heute so ein bisschen beeilen Wir haben nämlich nur noch 27 Minuten Ja, da staunst du Nö Ne, ich auch nicht, ist langweilig So, los geht's Will ich auch weinen Peng Ja, so kann man das natürlich auch machen Aber es ist ja die leichte Variante Und wir mögen ja keine Ja, das darfst du machen Ich geh zu der hier So, ich hoffe, das wird jetzt das letzte Mal sein Und dann können wir endlich einen schöneren Dungeon machen Aha Der Watertouch Dungeon? Ne, das ist der übernächste Ah, schade Ja, war vielleicht da runter Naja, ist auch Eher unwichtig Hey Ähm, ja Genauso war das geplant Mollposs Ich Mach das mal, glaube ich, so Und so Und so Ja, da ist auf jeden Fall Ja, nicht geschwächt Aber gut Nicht sehr Sag mal, es war so gewollt Ja, ja, das war genau so geplant Wie ich das ausgeführt habe So, wie geht's Peter Griffin? Gut, 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 gut Sehr gut Danke für die Nachfrage Kein Problem Ich habe übrigens bald den Titel Zerstörer Ich muss jetzt nur noch ein oder zwei Wachtörme kaputt machen Aha Also 1, 2, 300, ne? Ja, ja, 1, 2, 300 Natürlich Was denn auch sonst? Ja Ah Na, das war der Falls du dich dafür interessierst Kannst du auch In nächster Zukunft die erste Folge Karma Flow gucken Korrekt Alter, Leute, jetzt hört auf mit dem Schruz hier Nachdem es pünktlich am 16. rauskam Richtig, nur drei Tage später Ja Und dann auch noch um die Zeit Und dann ist das auch noch so ein Tag gewesen, ne? Drei Tage später ist Montag Und dann kam es noch so spät raus Dass ich damit nichts mehr anfangen konnte Weil ich noch Englisch machen musste Ah, ja Und Dienstag hatte ich überhaupt keine Zeit Da habe ich eine Folge aufgenommen Da musste ich mich aber noch reinfuchsen Aber dann hatte ich das Glück Denn ich habe Montagabend ausprobiert Und ja, Dienstag habe ich versucht eine Folge aufzunehmen Ging aber nicht, weil es zu laut war Die habe ich wieder gelöscht Und da gab es noch keine Untertitel Kommst du mal? Ja, ich wollte jetzt die Kanone noch kaputt Mach eben Da gab es noch keine Untertitel Und als ich heute aufgenommen habe Gab es vorher ein Update Und jetzt habe ich Untertitel Und man muss sagen Selbst wenn man Englisch kann Ich sage mal so Ich bin jetzt nicht der schlechteste Englisch sprechende Mensch Denn es ist doch schön Wenn man bei Akzenten trotzdem die Untertitel mitlaufen hat Da glaube ich, das stimmt nicht jedenfalls dazu Und gerade bei Karma Flow ja ein Rock-Opera-Game ist Heißt so viel wie Musik Und da ist das Ganze ja noch eine Runde undeutlicher Ja Ja, natürlich Mit der Lieblingsstelle Ja, ja Du darfst da halten Aber ich habe geübt Ich habe es gerade gesehen Du bist halt ein Profi Sowieso Also alle Du kannst in ferner Zukunft Ein gratis Windows Update auf Windows 10 machen Aber nur für ein Jahr Oh, das lohnt sich ja richtig Danach musst du wahrscheinlich So wie ich das rausgehört habe Aus der, die gerade eben war Die Live Kon Die Konversation Nee Konferenz 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 Konversation Haben die das angekündigt Das ist ja geil Ich freue mich sehr Ich habe ja nicht mal Windows 8.1 Wie man vielleicht sehen mag Ja, stimmt Und das brauchst du vor allem Windows 8 wird dann nicht unterstützt Nur Windows 7, Windows 8.1 Hä? Finde ich sehr nett Finde ich sehr nett Das ist das Problem Ich will gar kein Windows 8.1 haben Ja Für mich brauche ich auch kein Windows 10 Nee, ich auch nicht Vor allem Ich habe mich gerade an die 8 gewöhnt Da ist die 8.1 rausgekommen Und da hatte ich ehrlich gesagt Nicht so wirklich Bock zu updaten Ja, richtig Das ist deine Richtung Ja, ich habe es gemerkt Immer wenn der von dir weg ist Ist es deine Richtung Ah, okay Das kannst du dir mal merken Das ist so eine Faustregel Verstehst du? Die behandeln wir noch in Deutsch Ah, ja, okay Wenn mal wieder die Frau Blume kommt Irgendwann Oh ja, ich hoffe Ich freue mich schon sehr Auf die nächste richtige Deutschstunde Ja Liegt aber am Fach Deutsch allgemein Also Und wegen dem Thema zur Zeit Für dich, für mich Ja, ja Örtern und Interpretationen schreiben Wofür braucht man das? Mal ganz ohne Spaß Da schreiben wir aber morgen keine Arbeit, ne? Nee Demnach nicht, ne? Weil sie nicht da ist Nee Ein bisschen los Ja, und ich war das Wir haben natürlich mal ganz fahrig gemacht Und wir schreiben eine Arbeit Ja, eh Das ist super geil Das ist aber sinnvoll Ich hoffe, die kommt in nächster Zeit Erstmal nicht wieder Zumindest nächste Woche Dann schreiben wir nämlich Diese blöde Klassenarbeit nicht Ja, ich denke mir nicht, dass wir die da noch schreiben Ich kann es mir nicht vorstellen Also vor Ne? Weißt du, was ich meine? Ich denke mal Dann macht sie lieber einen auf schneller Krieg mal Hausaufgaben auf Oh, das kotzt nicht an, ne? Ja, und ich bin gespannt, ob ich morgen Oh ja Ich muss da ja gar nicht hoch Ich bin gespannt, ob ich morgen in Englisch dran bin Also gestern in Englisch dran war Ne? Also Wir müssen ja So ein bisschen umdenken Mach du Scheiße Ja, denken, gell? Weißt du, das ist ja ganz schön, ne? Ja, ja, aber Das ist ja ganz schön Das muss man halt mal ab und zu mal machen Achso, okay Gut Naja, das wurde gut gemacht Das war auf jeden Fall Du hast die blockiert Und ich habe einfach von hinten reingehauen So wie es sein muss Du hast das klappt halt, finde ich, oft Ne, ja, ja, relativ selten sogar Ja Heute dann wieder Dschungelcamp Also, äh, du, das kommt ja sowieso Das kann man sagen heute Abend Ja, ja Also, für uns ist Mittwoch Das sieht man Ja, gut Naja, man sieht's Ich nehme ja mein Desktop mit auf Man sieht, dass es der 21. Erste ist Ja Heute ist der 21. Achso Den ganzen Tag Das ist doch schön Ja, schön, dass du's auch schon erfährst, ne? Ja Ich dachte, wir haben heute den 23. Ne, 22. März Und morgen ist das sofort nach Berlin Oh ja, das wär auch gut Und übermorgen kommt GTA 5 raus Ja, das wär jetzt ein schöner Tagesplan für mich Ne, überhaupt Danach haben wir ja auch wieder Feiern in zwei Wochen Ja, also, ich muss sagen Wenn nicht die ganzen Arbeiten wären Das Tolle ist ja Wär's ja gar nicht so schlimm Ne, ich finde das Tolle ist ja Äh, wir hatten am Freitag Noten Schluss Ah ja Da bin ich jetzt eigentlich nach unten gerutscht Keine, ja gut Wir haben am Freitag Noten Schluss Hatten am Freitag Noten Schluss Vor einer Woche quasi Wenn diese Folge rauskommt Und jetzt sind's noch vier Arbeiten, die wir schreiben Was denn alles? Englisch, also Deutsch Theoretisch Englisch, möglicherweise Deutsch Physik und Naja, du nicht Für euch Latein Du nicht, aber ich noch Latein Ja Oh, ich komm da nicht hoch, ey Oh, nee, Spaß Irgendwann rücken gefangen, du bist weg Wenn ich auf was einsetze Äh, ne, kann ich ja nicht Ne, du kannst da bleiben Ich hab eh nur noch einen Und da am Ende ist eine Tür Also Das krieg ich schon ganz gut hin Gut Aua, Kena Ich mach noch mal Fett füttern, das war Dein Fett püttern Ein Fett püttern Ja, mach das Jetzt hab ich noch mal mein Fett gepüttert Ja, das ist aber auch nötig Naja Ganz ehrlich, muss ich mal sagen Das muss auch mal gesagt werden In einer Aufnahme Muss auch mal gesagt werden Dürfen Ja Das ist immer das Problem Vor allem das nämlich Ja So, ich mach mal D Das wollte ich gar nicht Falsche Taste Wow So, hier ist wieder Joghurt Joghurt Lenkst du den ab Ich mach hier oben die Steinschmeißer kaputt Ja, ich mach das schon Irgendwie Wenn nicht, dann Rassen sie gleich aus Wie gesagt Ich hab von Ablenken geredet So Ablenken ist jetzt nicht so schwierig Alter, Junge Alter, was macht der denn? Das weiß er wahrscheinlich selber nicht Reg mich nicht auf Ich krieg's da auf die Fresse So, Polka ist schon tot Ja Wo noch der der Maghurt Ein Gurmakle Naja, das klingt scheiße Du bist ein Gurmakle Alter Gurmakle Du bist ein Gurmakle Aua, Junge Mach doch jetzt nicht die Steinschmeißer Ist aber nicht fake Ja, jetzt So Du hast hochwertige Starktitanschub Ja, da freue ich mich sehr Auch haben wollen Du kannst sie gar nicht ausrüsten, du Äumel Schade Äh, ja Gut Da gibt's nur einen Weg Hallo Elze Worte Ah, danke Kein Problem Oh, vielleicht mit Wildstück Durchwahrscheinlich mit Wildstück Ja, äh Ich bin still Ja, wo halt auch mal Gar nichts drin Kann auch mal passieren Ich hab ein Kristall der Dunkelheit Da halten Ich bin stolz auf mich Ah, ach nein Pyroma Aber der Duister Ich muss Ja, stimmt Ich muss die Kenas erledigen Die schaffen wir nicht Du machst die Kenas kaputt Weil ich bin zu doof dafür Jaja, du schaffst sie nicht Die schaffen wir nicht Richtig Und ich muss hier drüben mein Bestes geben Genau Weil du schaffst sie nämlich nicht Und deswegen Bin ich da, ja Ist richtig Dafür bist du Ja, ich kann nur solche Langweiligen Viecher hier Wie Zwischenbosse kaputt machen Ja, das ist richtig langweilig Hätte ich bei dir immer Richtig Und Eine Sicht, sag ich mal Ist auch traurig, dass du dich aufnimmst Weil bei mir passiert ja eh nichts Immer so, immer so Inventar gucken und so Pet füttern Ja eben Und dann komm ich da irgendwann mal nicht mehr hoch Und Und in der Zeit hast du dann schon alles kaputt gemacht Ja gut, jetzt hast du es geschafft Ja, siehste Und jetzt müssen wir uns anstrengen Jetzt Du brauchst gar nicht zu Ja, jetzt kommt der Boss Aber zumindest gleich Ach ja, gut Marta, bleib du zurück Lass das Zeug doch klauen Wir haben doch eh gerade nicht so viel Ja, wenn wir jetzt nicht einfangen Ja gut, ich fang mal ein Einfangen wir Äh, das schaff ich natürlich Ja stimmt, schaffst du natürlich Du schaffst das ja nicht Ich kann, ich kann das nicht Nein Naja, egal Wir haben ja trotzdem eine Jetzt pumpen Ja Sei so gut Gut, meine ist fast alle Aber das verrate ich nicht Gut, dann mach das nicht Ich hab die ja für den dunklen Pyromar gebraucht Weil der, der ist sonst Ganz schön Ordentlich Ganz schön doof So, unser, unser netter Freund Soll ich aktivieren, der Falle Denk dran Denk dran, ja Das Orangene Dann musst du zu ihm zurück Okay Das wird wahrscheinlich Ja, gut Das ist nicht orange Das ist rosa Ach so Ja Schön, dass das jetzt kam Ja Und das schon geschossen hat, Alter Nicht verarschen Komm, fall runter Perfekt Perfekt, das Timing Sehr geil gemacht Na Jetzt A, D Ich hab wieder alles draufgekommen auf den Doch Also Naja Bei mir kostet es ganz schön viele MP Deswegen hab ich grad nur C und D gehabt So Dann mach ich mal den Dann trinke ich die beiden Teile hier Was machst du eigentlich da? Ich versuch was Aber es klappt nicht Ich merk schon Bisse Bagos nutzen und so Bitte, bitte Ja, dankeschön Dunkler Zerstörer Schön Das haben wir die Chance hat, da auszuweichen Ja, ne Das ist geil Jetzt lass mich da wohl über Jetzt lauf einmal durch Ey, du Spaten Du gehst dahin Nein, falsche Ich mach das Du kriegst das hier in die Fresse Aber eigentlich kann ich auch mit meinen Attacken hier Hilfe Warte, bleib weg Dunkler Zerstörer Ja, scheiß Ich wurde auch getroffen Ich stand schon auf dem Boden Ich stand schon auf dem Boden, aber wurde getroffen Das ist auch geil Äh, Hilfe Ach so, deswegen Ich hab keine Geisterenergie mehr Sag doch ein Wort Jul, soll's ein Wort sagen Wort B, C, D Bus fahren Ah, okay Bus geld Bus geld Äh, du solltest dich mal heilen Wenn du kannst Oh Irgendwie heilt mich Ach, schön, dass man die Ankündigung richtig gesehen hat Jetzt, ne Ach, jetzt kommt Ah, ja, ja Tausend Jahre danach Ja, toll Warum solltest du auch funktionieren Ja, also Es wär zu leicht Bug word Ey, oh, ich hab's jetzt schon Komm schon, hier Friss den Du solltest nicht so nah an den Rand gehen Ich hab Fernkampfangriffe Du kannst da eigentlich schön wegbleiben Ja Warum gehst du da dann? Ich darf schön wegbleiben Ne, alles klar Vor allem dieser dunkle Zerstörer, ne Eigentlich sollte der Scheiße Sollte der echt Ich pack gerade Hier unter den seinen Kopf Da, Kinder Das Jetzt kommt das Jetzt kommt das Ah, ja, gut So, ich hoffe, wir haben den gleich Ja Weil ich hab auch ehrlich gesagt Keinen Bock mehr auf den Dungeon hier Ne, auch nicht Weil, weil der auch so lange dauern muss Na Oh, das hat schon bis ich tot Es ist jetzt, hätte es jetzt sein können Hätte er da voll durchgezogen Bin ich tot, wäre ich tot gewesen Jetzt bin ich tot Wo, doch nicht Jetzt bin ich tot Was machst du schon, oder soll ich? Ja, warte F Das war F5 F4 Und beleben Tschö Es ist bald weg Ja, da ist es gemacht Ich hoffe, wir müssen das nicht nochmal machen Du kannst du dir Twirkel zu deinem Ist extra Dankeschön Ich hoffe auch Oh, Alter Ich bring sonst jemanden um Bitte, bitte alle Noch kann ich nichts versprechen Noch kann ich nichts versprechen Kombos S+, Technik S+, Gegentreffer Ja, wie kann ich eine S haben, Alter? Hä? Keine Ahnung Wie viele Gegentreffer hattest du jetzt? Zwei Ja, weil ich dich belebt habe Ja Da sind die Gegentreffer weg Ja, sonst hätte ich auch A gehabt Also Ich hatte 97 Gegentreffer Ich hatte zwei Und du warst tot Also das kann nicht möglich Es sei denn, du wurdest mit nur zwei Angriffen umgebracht Na sowieso Also Ich Ich So Ich wollte irgendwas machen Weiß nicht was Warte Einen Moment Einen Moment Gut Das Problem mit dir, Jul, ist jetzt Du Du kommst noch nicht in die neue Stadt rein Wie für ein Level? Weiß ich nicht Ein paar Aber Du könntest Du bleibst einfach da Ich bin jetzt in der neuen Stadt Wir sehen uns jetzt nicht mehr Ich zeige jetzt nur schnell die Stadt hier Um Dinge zu tun Jetzt muss ich nochmal schnell zur Pinnwand Da bin ich auch Ach du musst du da Da bist du auch Jul, geil Was? Da bin ich auch Da sind viele Bei mir Bei mir ist er irgendwie kein Schwein Okay Ähm Das wäre dann Wie heißt denn die Stadt? Hamel Ach da Mach ich schnell meinen kleinen Cheat Und dann bin ich auch da Hamel Oh Ja Komm ich rein? So geht es natürlich auch In Dungeons kommst du rein Weil du von mir eingeladen wirst Du kommst noch nicht in die Stadt rein Das ist ja ein putziges Dungeon Ist das jetzt schwer oder normal? Oder Experte? Schwer Aber ich mag den Dungeon voll Der ist cool Das ist jetzt noch nicht der Wasser Dungeon Ich hab schon mal gefragt Ja der Wasser Dungeon kommt danach Okay Hey ich hab einen Quest erledigt Kennst du ja mein kleines Kurzzeitgedächtnis ne? Musst du immer ein bisschen aufpassen Äh Jul Weißt du Weißt du Dass das jetzt nicht der Wasser Dungeon ist? Achso Oder muss ich dir Oder muss ich dir das gleich nochmal sagen? Sag es mir am besten nochmal Das ist nicht der Wasser Dungeon Der Wasser Dungeon kommt danach So Alle schwarze Blume Kotzt sich aus Ich hab einen Titel freigeschaltet Welcher weiß ich nicht Aber ich hab einen freigeschaltet Geil Oh Voll cool Achja So ein schöner Ja Redo So ein schöner Dungeon Ja Das gefällt mir Mir auch Ich mag den Ich hätte den auch noch ein paar mal gemacht Nur mit der Zeit Wenn du das passende Level hast Und selbst noch nicht in der nächsten Äh Noch nicht das nächste Weiß ich schon In der nächsten Start bist Dann schaltest du mit der Zeit Wenn du den Dungeon trotzdem öfters erledigst Toll jetzt hat er mich Wenn du den Dungeon trotzdem öfters erledigst Schaltest du die Epic Quest dafür frei Wenn du das passende Level hast Ah ok Deswegen konnte ich den dann irgendwann nicht mehr machen Hm Ich hab auch wieder wieder ein Level ab Also doch nicht mehr lange bei mir Hab schon glaube ich knapp 90 Ah ok Also dauert nicht mal lange ne Das kann schon noch dauernd Ja du hast doch noch Feld Quests ne Äh die musst du mal machen Ja müsstest du wirklich mal Ich muss mir mal ne Stinnsch oder zwei Zeit nehmen Das ist ja nice Ich bin gerade runtergefallen Ist auch geil Keines runtergefallen Na dann hast du halt nicht gesehen wie das Haus umfällt Ist ja scheiße Ich muss das tatsächlich nochmal machen Also alle beenden bitte Ja mach ich gleich Warte Gut Und wenn wir dann zu kurz vom Bus sind Ja ja mach ich Warte Wie viel müssen wir dann noch machen Noch das Und dann noch drei Und dann können wir beenden Ach gut Das war Absicht Das ist ein Geheimgang Achso Siehst du so komme ich hier unbeschallt drüber Ah ja Können wir natürlich auch einfach springen Aber das ist ja zu einfach Richtig Ich habe lieber den Geheimweg genommen Ja Kann ich verstehen So die nehmen auch den Geheimweg Du nimmst auch den Geheimweg Ich wollte die nochmal kurz besuchen Ja du wolltest gucken ob ich recht habe Ja Und du hast recht Vorsicht Vorsicht das Haus Welches denn? Das recht da Was im Hintergrund steht Ah Das riecht wahrscheinlich zusammen Ich habe sogar noch Vorsicht das Haus Was soll denn damit sonst passieren Gut das ist richtig Aber dann hätte ich nicht Vorsicht gesagt Vorsicht das Haus bleibt stehen Dann hätte ich gewusst Ich muss zu Hause gehen Was ist gerade passiert? Na irgendwas Das Haus ist stehen geblieben Achso ist umgefallen Ja Eben scheiße Ah Laguna hatte ich Nein Genau Mich auch Ja Laguna hatte ich Nein Alter Mein auch gejugt Ja du kratzt doch Hab ich auch gerade gemacht Sehr gut Ja Fix Ja Vorsicht das Wenn Menschen nicht atmen können, dann passiert sowas. Ja, wenn oder wenn Menschen sich verschlucken, während sie Jax bei Terranigma synchronisieren. Kam noch nicht raus, aber werdet ihr bald sehen, wenn man Terranigma guckt. Völlig falle ich da runter. Ist ja klar. Ich dachte, das ist der Wasserpansch und ich muss da rein. Ach so, ah ja stimmt, ich habe es dir bisher auch noch gar nicht gesagt, dass er das nicht ist. Ja, als nächstes Mal erinnere ich mich dran, dass ich dir das rechtzeitig sage und dann geht das auch. Ich habe einen gildenden Ehrenpunkt erhalten. Ich sagte ja, diese Schattenschützen sind böse. Aber nice. Ich gucke mal, ob hier noch irgendwo ein Schütze ist. Nein, nur ein Stürmer, aber den mache ich trotzdem mal. Das ist Christina. Ach so, okay. Ja. Warum da kein Schaden mehr hält, ist mir immer noch uns klar. Weil er das nicht will. Ach, das schadet mir Schaden. Warte mal, jetzt bin ich teurer aus. Wenn ich den angreife, dann verdirrt nichts. Also schon, aber das wird nicht angezeigt. Es ist halt relativ gering. Toll, danke. So kann man das auch erwähnen. Formulieren. Alle. Ah, ich gehe mal hier hinten hin. Aua. Kollege. Natürlich. Ich habe mich eigentlich gerade umgedreht oder so. Ach, na klar. Den Typen kenne ich auch gar nicht. Ich habe den Nangen bisher nur auf Normal gespielt. Ach so. Ja. Der ist ein... Ach, Gottchen. Ach, Gottchen. Das gibt es doch wohl gar nicht. Doch, leider. Warte mal. Warte, warte. Jetzt kann ich nicht. Hey, ich gehe weg. Oh, der müsste doch schon fast jetzt mal tut sein, oder? Ja, klar. Das geht es doch nicht. Ey, Junge. Ich hau dir gleich auf die Fresse, Kollege. Hey, da... Äh, da. Micha spielt Counter-Strike. Nee. Doch. Und dann mach er auch? Weiß ich nicht. Ich habe es nur gerade von Micha angezeigt bekommen. Töööö. Wer macht die Co? Ich. Ja, gut. Das war doch... Das war doch ich. Na, was? Ja, auf jeden Fall. Na, sag ich doch. So, wo sind wir denn? Boss. Kommt der Boss. Raises nicht. Äh, ja, aber das ist jetzt nicht der Wasser-Dungeon, gell? Ach so. Ja. Äh, übrigens, heil dich, wenn du kannst. Weil bei mir bin ich übrigens die ganze Zeit unter Wasser gewesen. Ach so, was? Ja. Na dann. Du musst ja mal kurz, ich höre mal kurz was ausrüsten. Hast du aber nichts mehr? Nee. Das ist ja klar, das ist natürlich ein so manches, ne? So ein Stückchen weit. Äh, du, du machst den schon gut, du bringst den schon gut runter, das finde ich gut. Ja, ja, ich... Aber ich kriege das auf jeden Fall nicht alleine hin. Du musst auch mal was alleine erlegen, alle. Das kann nicht immer sein, dass ich dir immer helfen muss dabei. Schwarzflamm-Explosion, ja, ja. Wenn du immer sterbst, dann muss ich F4 drücken, wenn du stirbst. Ja, ja, es tut mir auch leid. Ich versuche mal demnächst... Ich versuche mal bis nächsten Mittwoch zu leveln und meine Feldquests zu machen und dann... Gut. Finde ich wirklich... Das ist ein gutes Ziel, kann man auch erreichen. Damit ich dich dann nicht immer behindere. Kann man aber auch erreichen, finde ich, gut gesetzte Ziele von dir. Ja, weil... Ich sollte weggehen, oder? Nee, du müsstest die Dinger kaputt machen, aber... Ja, genau. Du brauchst du eigentlich auch nicht, wenn du weit genug davon weg bist. Aber ich stelle dann vor dir, aber gut. Ja, ich behindere dich ja nur, wenn ich immer so schwach bin und immer muss ich wiederbeleben. Und das kann man ja nicht bringen. Stimmt. Hey, das war mein Pet übrigens gerade. Stand unten. Lizzie aktiviert den Skill. So, das war der Bonus-Schattenmeister und mein Charakter spürt eine äußerst diabolische Macht oder was da auch immer stand. Und... Hey, es ist cool. Ja, toll. Jetzt sei ausgerechnet Joanna Sisters. Ihr wollt mich alle verarschen. Ja. Ja, sag ich doch. Ich wusste es. Ich wusste es. Ja, ja. Ja. Ja, ist so. Ja, sag ich doch. Ich will jetzt mal einen Titel sehen, Junge. Aber ich will jetzt natürlich sehen, wenn ich es schon nicht, aber... Aber was ist denn da jetzt neu? Weiß ich nicht. Reitverbot. Hey, ich kann ein... Ein Buttonschattenläufer. Ist auch geil. Was ist denn ein Buttonschattenläufer? Nee. Ich kann es auch nicht so sagen. Das habe ich denn hier noch versunkenes Lysia. Stadtrand von Lysia, Exper... Ja, gut, das kann man mal machen. Das ist das Feld und das ist... Ich will Tränen sehen. Beldagarde ist schon alt, ne? Beldagarde ist alt. Beldagarde bist du gerade. Ja, aber das ist... Nee, ich bin doch gerade Dunkel-Elfjäger. Ach so, das Beldagarde ist... Aber ich weiß es nicht, weil ich... Ach, du bist bei den Titeln. Ja. Warte. Oder Unterdrücker, aber das kann auch neu sein. Ich weiß es, wie gesagt, nämlich das ist doch scheiße. Beldagarde... Du hast es doch gerade in Hamel freigeschaltet. Und da stand nur, du hast deinen neuen Titel freigeschaltet. Ja. Ach, zu aktivieren. Richtig, dass du jetzt die Voraussetzungen kennst. Mehr heißt das doch gar nicht. Äh, ja. Ja. Dann ist es wahrscheinlich Nachtwolder, ne. Hamel. Ja, steht aber nicht unbedingt da, immer Hamel. Großes Bergwerk. Du musst einfach nur links nicht auf alle, sondern auf Hamel drücken. Ach so. Ja gut. Natürlich auch mal. Wälderboote. Ach du Scheiße. Habe ich ja jetzt schon geschafft. Jetzt haben wir hier noch. Ja, Sturmsoldaten. Ja gut, die mache ich nicht. Oh. Hm. So, Alter, ich bin fertig und du auch, denke ich mal. Ja, ich, äh, ne, noch nicht ganz. Ich muss noch, aber das kann ich auch später machen. Ich finde, der will zwei Schatzsuche. Oh, ich nicht. Ich habe 4,6% vom Schmied. Ich bin ein erfolgreicher Schmied. Also, das muss man sagen. Schmied lohnt sich total für mich. Und im Moment doch, ein, was möchte ich noch gucken, bevor ich, bevor wir uns beide verabschieden können. Ich drücke aber immer auf das falsche Ding. Ja, hier, ich fütter noch schnell mein Pad und dann verabschieden wir uns beide. So, ihr fress das und fress das. So. Alles klar, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Tschüss.